So, da ist er wieder, der Sheraton LP mit seiner nächsten Session für Let's Play Riffen. Wir machen mal einfach weiter. Wir hatten uns hier hergestellt, weil ich nicht mal wusste welche, was ich jetzt machen will. Ich habe den einfach mal an. Gut, da will ich nicht mit dem zu tun haben. Ach so, anderthalb Stunden haben wir. Mal gucken. Ach ja, genau. Wir hatten zuletzt ja die zwei hier befragt. Diesen und jenen welchen. Hatten wir schon die Feder gekauft. I think. Feder Key haben wir also auch schon. So. Wir hätten eigentlich gleich eine Pergamentrolle. Ja. Wir holen mal. Wir hätten gleich eine mitnehmen können. Die jenen mussten wir ja alles verballern. Blöderweise. Wo ist denn der Kasper? Da hinten. Zeig mal her, was du hast. Das. Das. Äh. Sechse brauchen wir nicht. Eine brauchen wir. Ja. Warenkorbhanden. Ja. So. Hä? Und die. Ach Gott, die sind. Ja. Waren wir. Beenden. So. Weiter geht's mit Gebrüll. Jau, 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 jau. So. Jetzt kasseln wir den mal an. Das ist der Enzo. So, was machst du hier? Und was machst du hier? Ich bin Enzo, ein bescheidener Novize auf der Suche nach Weisheit. Und? Schon was gefunden? Die vielen Bücher sind sehr lehrreich. Ich rate dir, lies alles, was du finden kannst. Das werde ich. Und ich rate dir auch, versuch nicht die Heilige Halle zu betreten, wenn du keine Erlaubnis hast. Weil mich sonst die Wachen zusammenschlagen? Im besten Fall ja. Im schlimmsten Fall bekommst du obendrein noch Strafarbeiten. Ich muss jetzt stundenlang fegen und kann mich nicht der Magie widmen. Tja, vielleicht findest auch du darin Weisheit. Bestimmt sogar. Hm, bestimmt sogar. So. Was kannst du mir über Hemmler sagen? Hm, einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Mhm. Ich mache gerade meine Prüfung bei Meister Illumar. Da sitze ich auch noch dran. Deshalb wollte ich ja auch in die Heilige Halle. Was gibt es in der Heiligen Halle? Ein paar Buchständer. Ich hatte gehofft, dort herauszufinden, welche Zutat man braucht, um eine Spruchrolle Illusionen herzustellen. Kennst du die Zutat für eine Nautilus-Spruchrolle? Ja. Wieso? Ich brauche sie für meine Prüfung. Was bietest du? Keine Ahnung. Was willst du haben? Gold? Nein. Ich will die Zutat für Illusionen. Besorge du dir die Info, dann verrate ich dir, was ich weiß. Haben wir die nicht schon? Genau, die kennen wir doch. Der Hauer. Ich kenne die Zutaten für Illusionen. Du brauchst den Hauer eines Keilers. Sehr gut. Um eine Nautilus-Spruchrolle zu schreiben, brauchst du die alte, leere Schale einer Nautilus. Du hast Streit mit Erlan? Streit? Nein. Ich habe ihn beim Klauen erwischt. Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Er wusste nicht, dass der Truthahn dir gehörte. Wenn es ihm wirklich leid tut, hätte er mir einfach einen neuen Truthahn bringen sollen. Der Streit um den Truthahn. So. Augenliefer misse ich hier jemanden. Ach. Genau. Scheiß, speichern. So. Illumar sitzt hier. Äh, äh. Ignatius sitzt hier. So. Äh. Hast du schon die Prüfungen von Meister Illumar absolviert? Ja, die habe ich schon geschafft. War ganz schön mühselig. Kennst du noch die Zutaten für die Sprüche des ersten Siegels? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hast du eine Ahnung, wie lange das her ist? Irgendwas musst du doch noch wissen. Ja, ja. Ich denke ja schon nach. Mann, ich hätte weniger rauchen sollen. Komm schon, denk nach. Ja, ja. Jetzt stürme ich nicht. Ich hab's gleich. Genau. Meister Abrax. Er hat mir weitergeholfen. Kanntest du Hemmler? Hemmler? Er war doch ein Freund von Harlock. Falls Harlock überhaupt sowas wie Freunde kennt. Was heißt das? Harlock ist ein Pirat. Es heißt, er war Smutje auf der Eleanor. Und sein Hackebeil hat er nicht nur in der Kombüse geschwungen. Harlock ist einer der Schlimmsten. Er hat eine Menge Leute auf dem Gewissen. Aber mit Hemmler hat er sich gut verstanden? Sag ich ja. Was ist die Eleanor? Was denn? Du kennst die Eleanor nicht? Sie ist das Schiff des berüchtigsten Piraten vom Nordkap bis zur Südspitze. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. So, so. Was weißt du noch über diesen Stahlbart außer seinem Namen? Nicht viel. Nur, dass man ihm besser aus dem Weg geht, wenn man keinen Ärger haben will. Es wird behauptet, er sei noch vor kurzem in der Hafenstadt gesehen worden. Weiß der Görger, was an der Sache dran ist? Verstehe. Den brauchen wir nicht zu beklauen. Weil wir den nicht beklauen brauchen. Okay. Dann haben wir noch ein paar Pflanzen mitnehmen, den wir gerade hier rumstehen. So. Hier sind wir im unteren Bereich, vom oberen Bereich. So. Noch schön hinten zum Leerräumen. Hier war die Bibliothek. So. Da hat man ja schon alles erledigt. So. Ach, zum Abrax hat er gesagt. Genau, Abrax. Abrax, das war der Kunde, der sich in dem Keller versteckt hatte. Also wenn wir den mal aussuchen. Äh, nee, nicht hier. Ging das runter, hier ging das noch runter. Ah ja, genau. Zack, wand nochmal. Oh, gegen die Wand gesprungen. Halt ja so. So. Hat mir das Ding ja gelesen. Nichts Neues. Nichts Neues, gut. So. Warum bist du hier unten? Wegen meiner Arbeit. Die Alchemie ist gefährlich. Bevor ich mit meinen Experimenten jemanden verletze, bin ich lieber hier. Außerdem habe ich hier meine Ruhe. Meistens jedenfalls. Kannst du mir was beibringen? So seid ihr, junge Leute. Kannst du mir mal eben was beibringen? So geht das nicht. Die Alchemie ist eine schwierige Wissenschaft, die Zeit und Talent erfordert. Kannst du mir denn was zeigen? Ein paar kleine Kniffe kann ich dir zeigen, aber glaube ja nicht, dass das ausreicht, um in die Forschung einzusteigen. So. Machen wir erst mal die Illumar-Sache. Ich muss für Meister Illumar alle Zutaten für die Spruchrollen zusammensuchen. Zutaten? Experimentiert der alte Zausel schon wieder mit Tränken rum? Das kann doch nichts werden. Es hat ihn schon immer gewurmt, dass ich bessere Tränke brauen kann als er. Illumar sollte lieber bei seinen Spruchrollen bleiben. Könnte es sein, dass er zu viel an seinen Flaschen geschnüffelt hat. Es geht doch um Zutaten für Spruchrollen. Ach so. Warum sagst du das denn nicht gleich? Es ist trotzdem sehr naheliegend, dass du zu mir kommst. Spruchrollen und Tränke haben so manches gemeinsam. Beide tragen Kraft in sich, die von jedem geweckt werden kann. Alles, was man braucht, sind die Zutaten, die Formel und ein bisschen handwerkliches Geschick. Kennst du denn Zutaten? Jetzt hör mir mal zu, Junge. Ich habe schon Tränke gebraut, da hast du noch in die Wintelne. Auch für Spruchrollen? Ach ja, richtig. Es geht ja um Spruchrollen. Warte. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mal mit einem Verwandlungstrank beschäftigt habe. Dabei habe ich auch die Spruchrolle der Illusion studiert. Ich muss hier noch irgendwo was rumliegen haben. So. Was weißt du über die Illusion? Hier muss irgendwo ein Buch darüber liegen. Wenn du es findest, kannst du es lesen. Aber bring bitte nichts durcheinander. Ja, ich glaube, da waren wir auch wieder ein bisschen zu früh unten. Als Jemie kann ich das beibringen. Dachte ich mir. Und meine. Äh. Kann ich bei dir Tränke kaufen? Tränke, Zutaten und Zubehör. Alles, was das Forscherherz begehrt. Mein Angebot an Zutaten ist allerdings zur Zeit sehr beschränkt. Das sollte sich mit der nächsten Lieferung aber ändern. Lass uns handeln. So, nur kurz nachgucken, was er hat. Ja. Das werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. Okay. Die könnten wir noch nochmal abgucken. Gut. Äh. Ne, das ist noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Das haben wir schon alles vorhin. Ist das hier raus? Ne, falls schon stumm. Ich gehe schon wieder raus. Du, 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 du. So, wieder rauf zum Ilema. Wow. So, was soll ich da jetzt? Ich kenne die Zutat für Nautilus. Lass uns tauschen. Hervorragend. Für welchen Spruch soll ich dir die Zutaten verraten? Äh, Witz. Für den Zauber Witz. Für diesen Zauber brauchst du eine Perle. Um eine Spruchrolle Nautilus zu schreiben, brauchst du eine leere Nautilusschale. Oh, ich Idiot. Natürlich. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Äh, mehr. Äh. Das fällt mir jetzt nicht, wenn wir irgendwo hingehen. Das wissen wir jetzt nicht. Ich kenne die Zutat für die Spruchrolle Licht. Eine sehr nützliche Spruchrolle. Sie wird Bestandteil deiner abschließenden Prüfung sein. Also merke sie dir gut. Also was braucht man, um die Spruchrolle zu schreiben? Ein paar Goldstücke. Sehr gut. Ich kenne die Zutat für den Spruch Nautilus-Verwandlung. Gut. Also, was brauchst du dafür? Die leere Schale einer Nautilus. Richtig. Dieser Zauber ist sehr mächtig. Deshalb sind die Schalen sehr begehrt. Ich kenne die Komponente für den Spruch. Witz. Welche ist es? Eine Perle. Eine fehlt uns noch. Was hat uns jetzt noch gefehlt? Föhföhföhföhfä. Lass mich überlegen. Was war mit dem Rufus? Rufus wollte uns... Ah, genau. Rufus wollte uns noch für irgendwas eine geben. aber da wollte ich das buch haben und das buch habe ich unten in der bibliothek gesucht wo die ganzen murmeln da rum standen hier diese schlösser knacken und so ein zeug murmeln aber die ist ganz woanders das buch ist ganz woanders fällt mir gerade ein ja die frage ist kommen wir rein oder scheiße falsche richtung wir sehen ob der uns jetzt hier hey bruder warte mal klappt also noch nicht richtung mal nicht schlecht so ein bisschen kippen